Der Auftakt in die Playoff-Runde hätte sicherlich ein paar Zuschauer mehr verdient als nur knapp 1.500. Die späte Ansetzung und der frühe Anpfiff bei herrlichem Frühlingswetter waren nicht gerade optimal. Doch die, die da waren, sahen eine engagierte und vor allem konzentrierte Leistung der Stuttgarter Volleyball-Mädels. Mit 3 zu 0 Sätzen entschied das Team um die einmal mehr bärenstarke Crystal Rivers das Spiel für sich. Erst zum zweiten Mal im Kalenderjahr 2019 konnte sich das Team eine Woche lang auf das Spiel und damit auch den Gegner vorbereiten. Das hat gut getan. Wir hatten schon vor, dass wir die ganze Zeit den Fokus hochhalten, weil wenn man einmal nachlässt, dann ist Wiesbaden sofort da. Und wenn man den Einsatz schenkt, dann ist es schon ein bisschen zu gefährlich. Und von da lieber 3 zu 0. Vor allem nach der Pokalfinal-Niederlage gegen Schwerin sind einige Spielerinnen, vor allem auch Leistungsträgerinnen, in ein Leistungsloch gefallen. Da gilt es jetzt schnell rauszukommen. Der Anfang wurde gemacht. Das Spiel gegen Wiesbaden wirkte deutlich variabler als zuletzt. Vor allem Molly McCage und Jana Franziska Pohl präsentierten sich gegen Wiesbaden stark verbessert. Und ja, ich denke, das kann jeder nachvollziehen, dass man nach der Pokalfinal-Niederlage so ein bisschen mental auch down ist. Und was einfach so ein riesen Event ist, worauf man die ganze Zeit hinterarbeitet. Und dann verliert man das so deutlich. Und ja, aber das Leben geht weiter. Die Liga geht weiter. Wir haben noch ein Ziel vor uns und das wollen wir erreichen. Da im Viertelfinale bereits zwei Siege zum Weiterkommen reichen, kann Allianz MTV am Mittwoch in Wiesbaden das Halbfinalticket buchen. Das wiederum wird dann im Best-of-Five-Modus ausgespielt. Die Fans dürfen sich also sicherlich noch auf einige packende Auftritte in der Scharena freuen.